Fußball-Bundesligas Bayer Leverkusen muss voraussichtlich etwa zwei Monate ohne Julian Baumgartlinger, 30, auskommen Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler wie befürchtet einen Innenbandriss im linken Knie Das ergab eine MRT-Untersuchung am Abend nach dem 1-0-1-0-Zittersieg in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim 1 CFR Pforzheim am Samstag. Der österreichische Nationalmannschaftskapitän war Ende der ersten Hälfte ausgewechselt worden und wird nun nach Vereinsangaben konservativ behandelt Im defensiven Mittelfeld der Bergself wird es vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, 18 30 Uhr Sky, damit personell eng. Neben Baumgartlinger fällt auch der Chilene Charles Arango es mit Knieproblemen auf unbestimmte Zeit aus 30 Uhr 16 Uhr 16 Uhr 17 Uhr 23 Uhr 23 Uhr 24 Uhr